Servus Leute, wir sind wieder zurück in D-Set und wir treffen jetzt die zwei Kollegen gleich, die wir vorher verloren haben. Hoffentlich. Hoffentlich, schauen wir mal. Wir sind jetzt schon in der Nähe von einer Stadt. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch da. Das müsste Cabanino sein. Irgendwo habe ich gerade einen gehört. Wieso in Cabanino? Von da aus kommt man besser nach Salvo. Okay. Ist das nicht die Stadt Min? Warte mal, wo oben da der Autofriedhof ist? Nein, nein, das ist das ganz hinten hinter mir, die Stadt. Ich gehe aber trotzdem in das eine Haus rein, weil das ist ein Haus, wo ganz oft Waffen gesporen sind. Ich schaue sowieso in mehrere Häuser durch, weil ich brauche was zum Essen und zum Trinken. Wart ihr in der Stadt, wo die Garagen offen sind? Wenn du eine Shotgun möchtest, dann hätte ich eine. Ja, wir sind gerade in der Stadt. Also in dieses Soaport-Dingens, irgendwie so. Wir rennen gerade zur Kirche. Na, dann treffen wir uns bei der Kirche, glaube ich. Das funktioniert eigentlich der Kompensator eigentlich mit anderen Pistolen jetzt auch, oder? Nein, da gibt es verschiedene, glaube ich. Da gibt es verschiedene. Weil ich weiß nicht, ob es für die Waffen, halt für die Pistolen schon verschiedene gibt, aber für die Mosin gibt es zum Beispiel einen Extrigen. Ja, das weiß ich eh, na eh, aber ich meine jetzt so für die neuen Pistolen halt, ne? Aber okay. Hast du, du meinst das ein Ding, oder so ein Kompressor? Ich hab jetzt einen Shotgun, einen Mosin und einen C-A-Pon. Ja, ein Kompressor. Äh, ihr seid, ihr seid bei der Kirche, habt ihr gesagt. Ja, in der Kirche. Da ist er, ich hab' mir gesehen. Okay, passt. So, da hinten ist ein Krankenhaus, das werde ich noch g'schön durchschauen. Das hab' ich grad gesehen. Aber ich kann dich ruhig, wenn du magst was vorspeeden, dann der Hunger vielleicht gleich weg. Nein, ich hab' keinen Hunger, halt. Ich bin komplett energised. Ich will nur, ich hab' nur nix mehr im Inventar, dass ich sag', dass ich noch irgendwelche Reserven hab', deswegen... Also bei mir hat jetzt energised auch so langsam angefangen. Alles vergeht, weil wir ja relativ viel laufen, jetzt ist das Ruhmel relativ schnell auch immer weg. Warte, da ist ein E-B-Peng, glaub' ich. Ja, den nehm' ich mal mit. Markus, möchtest du ein abgesägter Schrot? Hast du ins Inventar? Wer von euch einen Magnum? Nein. Okay. Äh, wie viele Plätze brauchst du? Hätt' ich aber einen Snappler dafür. Gut, und du bekommst doch einen Saline weg von mir jetzt. Ich hab' Munition dafür, aber ich hab' keine Magnum. Ich hab' zwei, ja. Genial. Dann kommst du ins Krankenhaus. Hey, hat einer von euch einen blauen Rucksack? Ja, das bin ich. Okay. Wo ist denn das? Ich bin jetzt, als ich dann bekommt. So ein blaues Gebäude. Halt nicht zur Kirche von der Seite, wo wir kommen, das ist, wenn du von der Kirche gehst, auf der linken Seite, so ein blaues Gebäude. Beim Supermarkt? Ja, du warst grad' dort. Von wo du kommen gehst. Von der Kirche Richtung Süden, der Straßen weg. Da, du hast das da, du warst vorher eh schon da, ja? Da, also da hast du da... Hä? Warte, ich komm' mal raus. Warte, ist noch da noch. Siehst du, da da, da ist das blaue Gebäude. Kennst du mir nach? Äh, ich steh' in der Kirche. Ne. Boah, ich hab' jetzt... Jetzt geh' ich in Richtung Supermarkt? Braucht wir sonst noch ein Saline-Pack von euch? Ja, ich hab' jetzt drei Saline-Packs. Er war ja... Er war ja grad' vorher da, eigentlich. Supermarkt habt ihr euch eh schon angeguckt, oder? Wo ist der Supermarkt da überhaupt? Irgendwann von der Kirche. Hey, bist du in die Garagen da noch zu, bitte? Ich weiß nicht, wo ich dich grad' hingehen. Ja, da bin ich grad' rausgeflogen. Also ich bin jetzt rausgeworfen. Diesen super doll netten Spiel. Ach Gott. So, da ist ein Schraubenzieher und eine Säge herinnen. Brauch ich ein gekneit? Ähm, den Schmäh mit der Säge... Die Säge kennst du ja schon unter Shotgun, oder? Das Absägen. Äh. Ja, ja, ja. Ist ja nix mehr Neues. Okay. In welcher Garage bist du gerade? Ich bin da beim Supermarkt. Du bist gleich komplett auf der falschen Seite. Von der Stadt. Naja, aber ich bin an der Kirche. Komm mal da zurück, Wunder, oder komm... Warte mal, ich hol' dich von der Kirche ab. Komm her. Was seh schon vor beim Krankenhaus? Ich weiß nicht, Tom. Na, das war ich. Nein, das war er. Ich weiß es, weil er hat mich ja gerade... Guten, da kommst du zurück, wo du grad hergelaufen bist. Äh, ich bin in der Kirche. Ja, komm raus. Ja, da ist ein Zombies. Komm raus. Auf auf die Zombies, ey. Du brauchst viel zu viel Blut. Komm, warte, ich geb dir da jetzt mal Blut. So, du bekommst ein Saline-Beck, ein Pristine sogar. Wollen wir mal ausprobieren, wie laut ein Shotgun ist, wenn die abgesägt ist? Äh, wie heißt denn jetzt? Warte mal, Guten, du bist ja mit einer Orange, oder? Ja. Hä? Du bist ja mit einer Orange, ne? Äh, Rot oder Orange, das seh ich nicht genau. Du, 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 bleib stehen, bitte. Und jetzt nicht schießen, weil sonst bewegst du dich vielleicht. Okay, bin ich ja da. Ey. Jetzt müsstest du eigentlich mal noch ein bisschen mehr sehen. Ja. Du brauchst sonst noch wie ein Saline-Beck. Eines könnte ich noch ein-Behren. Boah, ja, du könntest keine eventuelles geben. Gleich dir vor mir stehen, oder? Ja, du bist ja früher, oder, Simon? Ja, ich hab mich noch nicht energisend, also heilen können, was du eh so mit Healing. Wisst ihr eigentlich, ob man in die Mosi noch irgendwie mehr als einen Schuss reinbekommt? Ja, fünf. Du kannst fünf Schüsse abschießen. Deswegen wundert's mich ja, dass du kein... Ah ja, kannst du mir jetzt Mosi-Munition geben, die Hälfte zumindest Guten? Ja. Also du musst, ähm, nicht checken, was dann gar nicht loben. Du bekommst von mir noch Munition da, Guten. Liegt da am Boden. Kriegst du ein bisschen Schocken. Ah, wenn du Magne-Munition brauchst, kann ich da geben, gell? Den Snapp-Loader kann ich eigentlich wegwerfen, der ist Ruine, zieh ich gerade. Hast du da jetzt die Munition am Boden? Oh nein, ich traue mich mal vor, wenn einer eine gezogene Waffe hat, traue ich mich meistens nicht vorbehält, vorne hinstellen, weil oft dann nur ein Schuss losgeht. Gebiet jetzt dreht. Ach, wo ist denn die Munition? Wo hast denn die Hink gehabt? Ist das noch ab und zu, ja. Drei Schuss? Ja, ich hab selber noch drei. So, passt. Load-Armo, alle drei drinnen. Also, oder kann das sein, wenn die beendet ist, dass die wieder... Und... Eine Wasserflasche. Braucht ihr Wasserflasche, ja. Weil ich habe eigentlich alles... Die Position auch gerade nicht raus. Ja, aber nicht, die an der Grund zielen ist. Nee, nee, ich schieße jetzt. Nee, doch mal, ich schieße jetzt. Nee, doch mal, ich schieße jetzt. Das geht gar nicht. So, aus? Er dreht sich mitten mit der gezogenen Waffe um. Hä, der lädt ja direkt die nächste nach. So, jetzt habe ich unendlich Schuss. Ja, das kann sein, das ist der Bug. Das ist einmal fünfmal. Da hat einer seine Flasche liegen lassen. Ja, die habe ich hergelegt. Das war jetzt der dritte Schuss, mach weiter. Ich kann wahrscheinlich unendlich... Fünfter. Ah, vierter, jetzt ist der fünfte gewesen. Ich probiere es jetzt noch einmal. Ich muss nur einen reintun und kriege fünf Schüsse raus, hä? Nein, der hat seinen Bug gehabt. Nein. Den habe ich schon öfter gehabt. Ich muss doch chamber, ne? Du hast ja gesagt, du hast doch eine... Du hast doch eine Magnum, gell? Nicht chamber, du musst load machen. Nicht chamber. Magst du mal vielleicht Munition abnehmen, weil ich habe selber keine. Ich habe nur die... Ich habe keine Magnum, ich habe nur Munition für die Magnum. Wow. Ne, die Mosin habe ich wieder Auto. Also, kann ich wieder mit... Autofahrer machen. Kürzefruck, brauchte Wasserflosch und verliegt an, ich habe eine militärische, halt. Dies, ja. Was, dann würde ich sagen, aber jetzt noch das mal. Oh, da hast du jetzt rausgeschossen, oder was? Ne, ging die Wand. Jetzt verbrauche ich auf einmal wieder Munition, das ist ganz merkwürdig, Gott. Mach Glück, dass da nicht abprallt, so wie in Armer. Du hast du sechs, die Munition, etwas geladen hast. Wie viel du musst du mitzunehmen, Herr de Mosin. das sechst nur ob Munition drinnen ist oder nicht, aber wie viel, das wird dir nicht angezeigt. Äh, treffen wir uns beim Superm- äh, warte mal, wir wollten ja jetzt zum Airfield, würde ich sagen, gehen. Das ist da, oder? Die Richtung. Ich sag nur, oder? Ich sag nur, oder? Von hier aus, wenn ich nicht täusche. Äh, nicht einmal wissen. Ziemlich. Ja, also eigentlich die Straße hinauf und dann links, wenn ich nicht, oder? Warte mal. Und ich schau kurz nach. So. Das ist, ja, so ungefähr, wenn man die Straße in die Richtung, also weitergehen, passt das. So, aber ich seh grad, mein Inventar ist schon wieder falsch unten einsortiert, weil ich grad die Mosin gefärbt hab. So, den kann man nicht weggeben. Ich wär gut und du bist auch da? Ja, wir sind, nein, oder? Ich glaub da lang. Eins, zwei, drei, vier. Passt. Und der Zombie schlägt dich gleich, pass auf. Naja, hab's okay. So, passt dann, Röhn, Richtung Airfield raus. Und dann hätt ich vor, so in Richtung der neuen Statue zu gehen, weil angeblich ist da beim letzten Patch einiges in der Umgebung passiert auch. Ja, voll bei, bei, ähm, wie heißt's, ähm... Den Namen merk ich mir nie. Jetzt sollten auch, ähm, Solchi oder irgendwie so... Ja, so irgendwie, keine Ahnung. Weil der dürfte jetzt im Norden ja... Ah, Svetlo, Svetlo meine ich, genau. Svetlana, oder? Heißt das? Svetlana. Ja, das ist, das ist urkomisch, so ein Ausflug. Nur Svetlo? Keine Ahnung. Heißt das nicht viel länger? Ich weiß gar nicht. Also diese neue Stadt da, die was... Ja, ja, die im Norden der Hafen, halt an der Küste ist. Ja, genau. Da sind, ähm, irgendwie neue Städte und da war ja immer diese, so, Fösenwand, nicht? Genau. Und da ist jetzt ein Loch drinnen, oder so. Ja, und auch... Also du kannst jetzt, das ist frei und da kannst du weitergehen. Auch wenn es vom, ja, viel, halt vom Großen in Richtung Norden und dann gleich rübergehst oder Stadt, da dürften jetzt auch schon einige Gebäude gespawnt halt hingemacht worden sein. Echt? Ja, ja, wo so frei halt, es ist gestanden, zumindest in den Chains Locks, die, die kleinen Dörfer rund um die Stadt sind auch schon gemacht worden. Ja, genau, also, äh, bei, bei, bei Svetlo ist, ähm, ähm, ne, eine neue Stadt. Und dazu käme in der Nähe. Die was ziemlich cool ist eigentlich. Da ist Feierwoche drin und eigentlich alles. Ja, jetzt einmal, ich habe mich als Ziel jetzt einmal gesetzt, wieder, dass ich komplett militärisch, beziehungsweise militärisch schwarz ausgestattet bin. Halt komplett schwarz, will ich diesmal sagen. Du kannst jetzt wirklich auch die... Auch von Kerra. Du kannst das Einzige, was du nicht schwarz machen kannst, ist zur Zeit nur der Rucksack. Ja, aber du kannst die Axt schwarz färben, du kannst eigentlich alle schwarz machen. Und das ist das Geniet, das will ich jetzt einmal, du kannst den Helm... Wir können jetzt links an der Stadt vorbei ab, oder? Wir können jetzt nachher so links schräg hinaufgleich. Obwohl ich, der... Oh, ihr wollt's essen auch schon. Wäre nicht schlecht, oder? Oder haben wir die Stadt schon durch? Ja, da war ich gerade so ganz froh. Ich habe genug, ehrlich gesagt, da war er aber... Ja, ich auch. Ja, dann rennen wir da einfach mal vorbei. Da ist nie ihr da vorne, ne, ihr drei. Ja, ja. Halt, ich renne da gerade so, ging's durchs Gebüsch. Ja, ich muss gerade mal kurz aus dem Spiel raus, weil ich bin ja auf der Daisy, äh... DB-Seite da, und da ging gerade so eine Werbung los, so ein Video. Ah, okay. Mit Krack gemacht. So, da ist ein dummer Zaun, wieder einmal. Zaun unnettiger. Zaun-Hubi. Baumblattentasche. Habt ihr schon einmal geschafft, dass man, äh... Bärm pflücken kann? Nein, ich hab nie was... Da ist ja er vor auch geredet mit mir. Es gibt ihre... Also es funktioniert... Es funktioniert angeblich. Man muss halt... Such ihm, was geht. Was? Na, du gehst zum Busch, es wird auch nicht anzogt, und dann drückst einfach F. Aber es müssten irgendwie bestimmten Büsche sein, keine Ahnung. Ja, die Büsche, was da jetzt zum Beispiel sein, was ich da hab. Ich such gerade danach. Seid ihr schon durch den Ort durch? Nein, wir sind links-raußen vorbei. Du haust uns noch nie... Achso, was ist das? Na, wut. Ich hab da jetzt nichts gemacht. You have found some red-colored berries. Aber die roten? Die roten, sind das die schäglichen, oder sind das die guten? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ausprobiert. Ja, genau, ich will das jetzt essen. Ich will das an irgendeinem verfüttern. An guten, komm her. Bei dem Busch ist es... Du bist vorbeigelaufen schon bei uns. Ja, vor. Wo denn? Seid ihr denn? Da ist eine gleiche, äh, beim Anfang der Start ist so eine Blomber, äh, Baumbahn, äh, Baumbahn, Plantage, Dingsbums. Ja, ja, und da ist so eine Kirche, ne? Und wir sind da hinterhalb. In der Wiese. Wir tun grad Bier anpflücken. Okay. Ich hab... Red-Color-Babies. Was hat meiner jetzt grade gemacht? Oh, ein Zombie. Warte, ich mach ihn schon. Achso, na, das ist der Zombie. Na, na, na. Was? Soll ich ihn machen? Na, 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 bitte. Na, magst du ihn boxen, oder was? Halt die erste Bär im Spiel gefunden. Auch ein Highlight. Wie hat er da an, wie du das, äh, aufgehoben hast? So, als ob's den Celine-Bag gibst, oder so? Da sind auch noch so ein paar Büsche, wo man suchen kann. Wie macht man das denn jetzt nicht? Einfach F drücken. Hingehen und F drücken. Ja, aber er findet nicht immer was. Nein, 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 das ist ja auch so. Du kannst doch öfter auf einen Busch drücken. Und es kann sein, dass er manchmal was findet und manchmal nix. Ihr fängt ja so komisch an zu tanzen vor dem Busch. Ja, genau. Naja, er tut da sozusagen pflücken. Ah, du hast nicht ein Ding gefunden, ja. Ja. Okay. So, dann machen wir den Busch. Ja, ich hab' den Busch. Und dann werden wir mal den Bart wieder auch beenden. So, hab' ich jetzt was gefunden? Na, einen mach' ich noch, einen mach' ich noch, und dann mach' ich es so aus. Die Beschreibung von den Bären, bitte. Ich hab' keine Ahnung, bei mir steht, äh, red-colored beer is some kind of beer is small and red, but it's... Ja, das ist halt so richtiges Schulenglisch, halt. Nochmal rote Bären, wer will eine haben? Na, ich glaub' ich wirf die weg. Passt, wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.